Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine Sammlung aus Samsung Galaxy Buds Kopfhörern wird immer größer. Und jetzt starten wir mit der neuen Serie zu den Samsung Galaxy Buds 3 Pro, dem neuesten Flaggschiff aus dem Hause Samsung. Hier noch die Variante 2 Pro, jetzt die Variante 3 Pro. Warum habe ich die 2 nochmal aufgemacht? Weil ihr seht schon, die 3 Pro sehen anders aus. Sie haben sich mehr dem großen Apple-Vorbild angenähert und haben einen anderen Formfaktor. Wir legen los mit der Serie. Ja, wir legen los mit unserer kleinen Serie zu den Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Und wie ich gerade eben schon sagte, eine der wesentlichsten Veränderungen ist tatsächlich der Formfaktor. Bisher hatten wir ja diese kleinen Stormtrooper-Helme sozusagen. Jetzt haben wir diesen, ja, wie soll ich sagen, Strich in der Landschaft sozusagen, ja. Der kommt quasi aus den Design-Studios von Apple, wenn man so will. Ich weiß gar nicht, ob Apple die ersten waren, die es so gemacht haben, aber zumindest ist das ja das große, in Anführungsstrichen, Vorbild für viele Hersteller. Was steht auf der Rückseite drauf? Wir haben ANC mit an Bord, Sound Optimization. Wir haben kleine LEDs in den Stiften, wenn ich das so nennen darf. Ihr braucht Android größer 10, um das Ganze nutzen zu können. Und manche Funktionen, und das beschränkt sich tatsächlich nicht nur auf einige wenige, brauchen ein Android-Smartphone von Samsung, beziehungsweise ein Samsung Galaxy-Smartphone. Ja, Ladegeräte können, sollten sich im Bereich 2,5 bis 4,5 Watt bewegen. Das vielleicht nur zur Info, weil viele von euch haben mir immer geschrieben, meine Kopfhörer laden nicht, meine Kopfhörer laden nicht. Denkt dran, ihr braucht einen Niedrigstrom-Modus. Ich weiß gar nicht, wie diese Modi heißen. Aber da könnt ihr quasi nicht mit dem Power-Ladegerät rangehen im Zweifel. Und deswegen ist hier der Hinweis auf der Rückseite nochmal. Ihr seht, die Dinger sind gut verpackt, weil hier oben nämlich dieser Klebestreifen noch drüber klebt. Deswegen kriege ich, kleiner Experte, das hier nicht raus. So, gucken wir nochmal unten. Jetzt sollte es dann aber gehen. Und dann schauen wir mal, ob denn die Optik tatsächlich so ist, wie sie draußen versprochen wird. Und ich kann nur sagen, leider ja. Weil mir, und das nehme ich schon mal vorweg, mir gefallen diese Stiftoptik jedenfalls nicht. Ich mochte die Kopfhörer vorher, wie sie vorher waren bei den Buds 2 Pro. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Jetzt hier diese Optik ist nicht meine. Auch wenn sie natürlich mit gewissen Vorteilen daherkommt. Dazu kommen wir dann später in dieser Serie nochmal. Gut, was haben wir hier sonst noch an Bord? Wir haben ein Ladekabel USB-C auf USB-C mit dabei. Das haben wir hier. Ihr könnt das Gehäuse natürlich auch drahtlos laden, logischerweise. Aber ein Ladekabel lässt sich dann quasi auch direkt an das Gehäuse anschließen. Dazu haben wir hier unten die USB-C-Schnittstelle. Hier seht ihr sie nochmal. Aber wie gesagt, ihr könnt das Ding natürlich auch drahtlos laden. Ansonsten haben wir hier erweiterte Ohrtipps, also sprich weitere Aufsätze für die Kopfhörer. Ich kriege sie jetzt irgendwie nicht auf. Ich hoffe, ihr seht es auch so. Da ist einmal ein größerer und ein kleinerer. Ich glaube, der mittlere ist vorinstalliert. Den könnt ihr dann quasi aufsetzen, wenn euch die Ohrhörer oder beziehungsweise wenn die Ohrhörer nicht gut im Ohr halten oder die Abdichtung nicht gut genug ist. So, dass ihr beim ANC oder beim Sound irgendwie Probleme habt. Quick Start Guide, zweimal Garantiekarte dürfte, denke ich, klar sein. Und dann haben wir hier dieses Gehäuse, was mich ein bisschen an ein Raumschiff erinnert, würde ich fast schon sagen. Ja, Raumschiff oder Eierkocher, das ist hier die Frage. Ich persönlich muss sagen, die Optik gefällt mir leider wirklich gar nicht. Sowohl die vom Gehäuse nicht, als auch die von den Kopfhörern. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also, was haben wir hier? Wir haben unten den USB-C-Port. Wir haben die Kopplungstaste, die ihr quasi drücken müsst, so ihr denn eine neue Kopplung vornehmen möchtet. Insofern quasi die Kopfhörer nicht automatisch erkannt werden, mehr dazu im zweiten Teil dieser Serie. Ansonsten sind hier zwei Farbmarkierungen, die euch anzeigen, welcher Kopfhörer in welchem Buchse, in welchem Slot gehört sozusagen. Und unten eine kleine LED habt ihr gesehen. Das sind jetzt die Kopfhörer, die über Touch-Oberflächen an den Pinnen oder an diesem längeren Pin verfügen. Auch das bietet natürlich Vor- und Nachteile. Gerade Lautstärkeregelung wird dadurch vielleicht etwas leichter. Ansonsten müsst ihr hier quasi drücken und das Ganze bedienen, damit die Kopfhörer dann auch die entsprechenden Funktionen abrufen. Aber da kommen wir dann später nochmal zu. Außen habt ihr gesehen ein Mikrofon fürs ANC. Hier ist der Sensor verbaut. Hier oben auch noch ein weiteres Mikrofon, vermute ich mal. Was haben wir hier? Die Abdichtung. Die Teile könnt ihr natürlich tauschen, haben wir vorhin schon gesehen. Da haben wir die beiden weiteren Teile mit dabei. Das geht jetzt auch aus meiner Sicht einfacher als früher. Es gibt hier so einen kleinen Clipser. Den müsst ihr einfach nur wieder draufklipsen und dann sind die Dinger drauf. Früher musstet ihr sie drüberstulpen. Das hat bei mir zumindest nicht immer gänzlich geklappt. Aber gut. Hier unten noch ein Mikrofon. Das ist natürlich einer der Vorteile des Formfaktors. Das Mikrofon für die Telefonie ist näher am Kopf. Insgesamt muss man sagen, also mal ganz davon ab, dass mir die Optik nicht gefällt. Auch die Haptik ist wirklich billig. Also das muss man sagen. Wir sprechen hier über Kopfhörer, die kosten 249 Euro und die fühlen sich an wie Kopfhörer, die 49 Euro gekostet haben. Das kann einfach nicht wahr sein. Und insofern muss ich persönlich sagen, mir gefällt die Optik nicht, mir gefällt die Haptik nicht. Ich hoffe, sie können nachher mit Sound und so weiter und so fort überzeugen. Aber vom Äußeren her würde ich erstmal sagen, das ist definitiv ein Rückschritt zu den aus meiner Sicht sowohl vom Formfaktor als auch von der Haptik hochwertigeren Vorgängern. Gut, am Ende muss euch natürlich ein bisschen auch die Optik gefallen, denn dieser Strich in der Landschaft sozusagen, den müsst ihr natürlich jetzt mitnehmen, wenn ihr so wollt. Auch dieses Gehäuse mit diesem Glas oben drin, ja, es ist Geschmackssache. Jeder muss das am Ende für sich selber entscheiden, ob es ihm gefällt oder nicht. Wir machen eine kleine Serie draus, Einrichtungssetup im nächsten Video, wie trage ich sie richtig und nachher natürlich noch der große Test. Und wir machen auch noch einen Vergleichstest, mindestens mal zu den Vorgängern oder gegen die Vorgänger, vielleicht auch noch gegen einige andere Buds. Das gucke ich dann nochmal im Laufe der Videos. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.